los geht's mit dem ersten teil meines pixinside workshops ich zeige euch zwei sachen ich zeige euch wie man die bilder überhaupt öffnet und betrachtet und dann zeige ich euch das blink modul ein ganz wichtiges ding für mich zumindest mit dem ich einfach schon mal bilder aussortieren so ich habe pixinside einmal geöffnet für unseren ersten teil unseres tutorials und ich möchte euch zunächst mal zeigen wie ich meine bilder betrachte überhaupt und aussuche auswähle welches bild eigentlich letztendlich in den stacking prozess einfließt die einfachste methode dazu ist ein bild einfach mal zu öffnen das funktioniert über file open hier ist mein ordner ich kann noch mal den überordner anklicken ich habe hier meine bilder flats bia starks bereits in unterordnern sortiert ich klicke noch mal auf den luminanz ordner und wähle einfach mal das erste bild aus durch doppelklick oder einfach öffnen und hier sehen wir jetzt das erste bild man erkennt die hellen pleiaden sterne aber das bild ist komplett schwarz das liegt daran dass es sich bei ccd aufnahmen oder auch dslr aufnahmen ja um lineare bilder handelt was das genau bedeutet werde ich vielleicht mal in einem extra video machen aber es gibt einen unterschied zwischen logarithmisch dargestellten bildern und linearen bildern und die rohe daten die wir immer erhalten sind linear und das führt dazu dass wir auf dem bildschirm eigentlich nur die extrem dunklen teile sehen können also der hintergrund ist hier komplett schwarz und die hellsten objekte im bild und das in dem fall die sterne oder die zentren der sterne werden weiß dargestellt dazwischen fehlen uns jetzt eine menge graustufen so sagt man es gibt jetzt eine ganz nützliche funktion in pixel zeit um eben diese graustufen besser darzustellen und um wirklich zu sehen welche objekte sich eigentlich in dem bild befinden und das ist die sogenannte screen transfer function oder kurz stf das ist eine der wichtigsten funktionen in pixel zeit darum möchte ich euch diese funktion hier auch erklären es gibt verschiedene methoden um diese stf auszuführen oder auszuwählen die einfachste methode ist ihr benutzt die steuerungs taste auf eurer tastatur und halte die steuerung steuerungs taste gedrückt und drückt dann gleichzeitig den buchstaben a und dann wird diese stf oder screen transfer funktion ich sage jetzt mal stf ausgeführt und jetzt kann man das bild wesentlich besser betrachten und man sieht die pläaden die pläaden nebel die reflektions nebel und man sieht was im hintergrund los ist und so weiter und so fort wichtig für euch zu wissen ist dass diese funktion wirklich nur eine bildschirm darstellung ist das heißt eure bilder selber werden nicht verändert die daten eurer bilder werden nicht verändert wenn ich jetzt gleich die stf oder wenn ich das bild jetzt einfach zu mache und erneut öffne ich kann das ja mal machen dann sieht das bild wieder aus wie vorher und so bleibt es auch die screen transfer function ist also wirklich nur eine darstellung am bildschirm und dass die eigentlichen bilddaten werden nicht verändert so über steuerung a kann ich das aufrufen es gibt noch eine weitere möglichkeit nämlich hier oben in der menüleiste wenn ich mal ganz nach rechts gehe hier versteckt unter diesem kleinen doppelfall gibt es so verschiedene kleine bildschirm symbole und wenn ich da mal drüber klicke dann kommt auch die erklärung was es damit auf sich hat man sieht hier diesen bildschirm mit diesem radioaktiv zeichen und das ist die stf die auto stretch funktion wenn ich jetzt die mal drücke passiert genau das gleiche wie vorhin mit steuerung a die stf wird ausgeführt wenn ich den bildschirm mit dem kleinen roten kreuz da oben drüber benutzen oder alternativ wie es jetzt da steht control f12 dann wird diese stf wieder deaktiviert und ich sehe wir das lineare bild die dritte und vielleicht beste methode findet ihr unter process all processes und hier gibt es die screen transfer function hier gibt es eben noch detailliertere einstellmethoden und hier dieses radioaktiv zeichen wenn ich das einmal drücke dann wird die stf ausgeführt und hier über diesen button reset wird sie wieder resettet also zurückgesetzt so jetzt gibt es noch eine interessante funktion ich lasse mal die maus auf diesem radioaktiv zeichen und hier steht jetzt shift und klick to apply boosted auto stretch functions das heißt ich mache das einmal die shift taste und klicke dann jetzt wird noch eine stärkere ein stärkerer stretch ausgeführt und jetzt sieht man wirklich sämtliche details die sich da im hintergrund befinden das kann unter umständen auch ganz interessant sein und die dritte interessante funktion ist wenn ich die taste steuerung gedrückt halte und mit der maus drauf klicke dann bekomme ich die einstellung für diese stf funktion und über den wert target background kann ich eben bestimmen wie hell das bild dargestellt werden soll wenn ich den jetzt mal ganz hoch wähle und auf ok drücke dann gibt es eben auch so eine sehr stark erhöhte bildschirm darstellung das ist jetzt schon zu viel das ist mehr als die boosted version das bringt uns eigentlich gar nichts ist aber gut zu wissen in einzelfällen kann es ganz nützlich sein das mal manuell zu verändern ich drücke noch mal steuerung mit der maus auf das radioaktiv zeichen und über reset mache ich diese einstellung wieder rückgängig drücke ok und bekomme wieder meine normale bildschirm darstellung ich habe eine philosophie bei der bildbearbeitung und zwar lautet die so dass das was ich hier jetzt sehe in dem bild dass ich das in meinem finalen bild auch sehen möchte und das muss auch möglich sein das heißt wenn ich hier eine stf ausführe alles das was ich an hintergrund nebel sehe sollte nachher auch in meinem fertigen bild sein das wird das ziel meiner bildbearbeitung ich sage zu mir selbst immer ja den merksatz what you see is what you get also das was ich hier sehe ist das was ich nachher auch bekomme das ist meine persönliche philosophie bei der bildbearbeitung gut jetzt wäre es etwas mühsam jedes bild einzeln zu öffnen um es zu betrachten und zum beispiel auf nachführe fehler oder focus fehler zu kontrollieren darum gibt es eine ganz nützliche funktion in pix inside es war früher ein script aber da so populär war und so viel genutzt wurde ist es hier in die hauptprozesse von pix inside rüber gewandert ich zeige es euch process all processes blink so ein kleines fenster hier ist im moment nur ein reiter aktiv und der heißt image files eigentlich selbst erklären wenn ich da mal drauf klicke dann öffnet sich der folder den ich zuletzt geöffnet hatte und das ist der rot kanal meiner m 45 aufnahme und mit shift und der maustaste wähle ich einmal alle bilder aus drück auf öffnen und je nach rechnerleistung und bildgröße dauert das jetzt einen moment und es werden alle bilder geöffnet so das erste bild meiner serie wird jetzt in einer gestretchen version also in der stf version dargestellt das liegt daran es gibt hier diese beiden symbole und wenn ich hier mal das unternehmen steht da compute auto stf for the current image und das ist sozusagen die grundeinstellung dieses blink prozesses dass das erste bild scheinbar von vornherein in der stf dargestellt wird wenn ich jetzt mal das zweite bild anwähle dann sehen wir dass das linear dargestellt wird erkennt man daran dass der hintergrund ganz schwarz ist und nur die hellsten sterne und hellsten nebelpartien zu sehen sind was ich jetzt also machen muss ist diese stf auf alle bilder ausführen und das funktioniert über das obere symbol da steht jetzt apply an automatic history transformation to all images das mache ich mal und auch das dauert je nach bildgröße und je nach rechnerleistung einen kleinen moment natürlich hängt auch davon ab wie viele bilder ihr hier in dem ordner geöffnet hat wenn ich jetzt mal das zweite bild anwähle seht ihr dass alle bilder gleichmäßig gestreckt wurden und ich mir die jetzt wunderbar anschauen kann Interessant sind jetzt diese tasten ich kann also mit der maus das bild direkt anwählen oder ich gehe hier über den pfeil einfach durch die bilder durch und das finde ich sehr toll ich kann natürlich auch zurückgehen denn so kann ich mir jedes bild einzeln und solange ich will anschauen ich kann aber auch diesen play button benutzen da steht jetzt play animation und kann diese bilder serie animieren hier gibt es noch die einstellmöglichkeit in welchem intervall das geschehen soll nämlich mit 0,05 sekunden abstand oder mit fünf sekunden abstand dazwischen gibt es viele abstufungen wenn überhaupt würde ich eine sekunde wählen jetzt mache ich das mal das kann man mal machen das ist eventuell ganz interessant man kann das mal ein bisschen durchlaufen lassen wenn das letzte bild der serie erscheint dann geht es wieder zum anfang zum bild nummer eins und eventuell sieht man hier auch schon sachen und ich sehe das ungefähr ja bei bild 56 der fokus rausgelaufen ist da gibt es einen sprung ich zeige euch das noch mal ungefähr jetzt blähen sich die sterne auf und da sind sie plötzlich wieder im fokus das gibt mir schon mal einen kleinen hinweis ich unterbreche das hier mal und die nächste wichtige funktion ist dass ich ins bild suchen kann das erkennen das kann ich mit der maustaste also mit dem mit der rolle an der maustaste einfach machen ja ich probiere mal die plus minus taste mit steuerung minus oder steuerung plus kann ich aber auch zoomen es ist allerdings wesentlich komfortabler das einfach mit der ich weiß nicht wie man das nennt mit der rolle an der maus es ist aber wesentlich einfacher und komfortabler das einfach mit der maus zu machen also ich kann hier rein und raus zu und das schöne ist dass dieser ausschnitt der zoom ausschnitt der wird mir hier mit einem grünen rechteck angezeigt der überträgt sich jetzt auch auf die anderen bilder das heißt ich kann mir immer den gleichen ausschnitt anschauen ich kann auch noch mal play drücken und sehe jetzt zum beispiel mein dieser ring sehr gut also der helle stern hier der verschiebt sich immer und die hot pixel die bleiben immer an der gleichen stelle und jetzt kann ich mir einmal genau anschauen was damit den stern los ist und ich sehe ungefähr ab der aufnahme 3 bis zur aufnahme 6 läuft mir der fokus etwas raus hier am ende ehrlich gesagt auch wieder so ab drei vier fünf ist ganz schlecht sechs ist ganz schlecht und ab sieben läuft das wieder gut wenn das jetzt zu schnell ging ich gehe mal zurück mache das einfach hier mit diesen pfeiltasten also hier stimmt der fokus noch ehrlich gesagt geht es hier schon los dass ein bisschen raus läuft aber hier ab dem bild sechs sieht man ganz deutlich was sache ist und wenn ich zum bild sieben gehe dann stimmt der fokus wieder ganz interessant ist es jetzt mal größere sprünge zu machen also von bild sieben zum beispiel auf bild eins und man sieht eigentlich schon naja ich habe es mit dem fokus wohl nicht so genau gehalten denn der fokus von bild eins stimmt eigentlich schon im vergleich zu bild sieben nicht so gut so was machen wir da ab drei wird das ganze aber dann doch deutlich schlechter das heißt die bilder drei vier fünf sechs schmeiße ich raus warum mache ich das es ist ganz wichtig es gibt astro fotografen die glauben dass auch schlechte bilder zum beispiel solche die mit nachführ fehlern behaftet sind oder die eben nicht im fokus sind doch letztendlich zum besseren signal rausch verhältnis beitragen diese philosophie teile ich nicht ich bin er der meinung dass man alle nicht so gut von fokussierten bilder oder bilder mit nachführ fehlern oder solche wo wolken durchgezogen sind et cetera et cetera dass man die raus werfen sollte ich glaube nämlich dass es ähnlich wie beim kochen ist wenn ich jetzt ein eintopf für mehrere leute macht klar kann ich alles was ich zu hause habe da rein werfen und dann bekomme ich eine große menge aber gut schmecken tut es vielleicht nicht weil vielleicht eine zutat verdorben ist oder schon etwas älter ist und ich habe lieber ein bisschen weniger und dafür ein gut schmeckenden eintopf und genauso halt ist auch bei der astro fotografie zum beispiel ein schlechter fokus den werde ich nachher sehen in form von farbringen und das möchte ich einfach nicht haben ich möchte eine sehr gute aufnahme erstellen deswegen werfe ich die bilder raus und das funktioniert auch ganz gut mit diesem blink prozess ich kann nämlich einmal das eine bild also ich habe gesagt 456 die werfe ich auf jeden fall raus wenn ich jetzt hier unten auf diese schere gehe ich zeige euch wie das geht ich wähle das entsprechende bild aus und hier jetzt kann ich hier über diese funktion da steht move selected files to new location ich kann diesen dieses bild jetzt in einen neuen ordner verschieben ich klicke mal drauf jetzt öffnet sich ein fenster und ich kann ein ja ein speicher ort auswählen das macht man eigentlich besser vorher jetzt muss ich ein bisschen suchen wir sind im rot kanal oder überhaupt ich werde jetzt hier erstmal einen neuen ordner erstellen und denen nicht müll so den ordner wähle ich aus und jetzt wird dieses bild dorthin verschoben wir haben es ist also nicht gelöscht aber es ist verschoben und ich habe es nachher nicht mehr in meinem stacking process drin das gleiche mache ich jetzt mit dem bild 5 und der ordner ist noch ausgewählt und auch mit dem bild 6 so spaßeshalber nur um euch zu zeigen dass es auch wirklich passiert nicht mal mein explorer wenn ich jetzt hier den ordner müll öffne dann sieht man dass sich diese drei bilder darin befinden und zum beweis sie befinden sich nicht mehr in dem ordner red gut das sind eigentlich die wichtigsten funktionen ich gehe der reihe nach hier unten noch mal die funktion durch das ausgewählte bild kann ich über diese funktion einfach schließen oder ich gehe hin in den nächsten reiter und kann alle bilder schließen und jetzt zum beispiel über den reiter add image files mein blau grün und luminanz kanal und so weiter öffnen und das gleiche damit auch machen mache ich spaßeshalber mal den blau kanal es dauert wieder einen moment unter dem disketten symbol befindet sich eine funktion die funktioniert ähnlich wie das was ich euch gerade gezeigt hat nämlich die verschiebe version nur dass hier das bild nicht verschoben wird sondern eine kopie angelegt wird in einen neuen ordner kann unter umständen auch nützlich sein zum beispiel dann wenn ich beim durchblinken irgendwo ein asteroiden entdeckt oder eine satelliten spur irgendwas interessantes und möchte dieses bild mal in einen separaten ordner verschieben dann benutze ich das die schere bedeutet dass ich ein kopf erstellen kann der kopf wird hier angezeigt durch das grüne rechteck ja und ich kann eben jetzt hier auf die art und weise die bilder schon koppen das würde ich ehrlich gesagt nie machen insofern lassen wir das hier gibt es eine ein series analysis report ehrlich gesagt habe ich diese funktion noch nie benutzt und weiß auch gar nicht so genau was sich dahinter verbirgt und dann gibt es noch hier diese filmklappe damit kann ich theoretisch videos erstellen ich habe das mal ausprobiert und es scheitert meistens daran dass man keinen geeigneten video decoder findet der sowohl für pixinside als auch für den eigenen computer funktioniert und ich habe es bisher obwohl ich mich ein bisschen mit videoproduktion auskenne noch nicht hinbekommen was aber funktioniert ist ist dass ein ordner erstellt wird in dem gif animation dann landen und diese gif bilder kann ich nachher mit einer geeigneten software zu einem video verarbeiten zum beispiel dann wenn man viele satelliten drin hat und das mal darstellen möchte oder wie gesagt ein astro astroiden hat der sich durchs bild durch eine aufnahmeserie bewegt oder ein kometen sogar das hatte ich auch mal dann kann man das ganz schön mit dieser funktion animieren aber vielleicht hinterlasst ihr mal einen kommentar unter dem video wie man das besser macht oder in einem schritt macht ich habe es bisher noch nicht hinbekommen dass in pixinside in einem schritt zu machen wirklich ein video am ende raus zu bekommen da gab es immer eine fehlermeldung gut das war der blink process und zusammenfassend kann man noch mal sagen man kann mit dem blink process alle bilder stapelweise betrachten ich mache das übrigens auch mit meinen flats und beers und darks auch da gibt es nämlich unter umständen bilder die bei der bildaufnahme wo ein fehler passiert ist auch diese sortiere ich selbstverständlich aus